Hallo zusammen, hier ist der Cyclone und ich habe noch ein paar Leute mitgenommen und zwar den Sepp und den Winnie. So, an der Runde Black Ops spielen wir heute. Zwei. Ja, Black Ops 2. Ja, jetzt schnapp mal. Ja, ich hab doch schon. Chill. Ich seh nix. Musch, schwatt. Ich steh immer noch den Globus. Sind wir Madagaskar-Spieler? Ja, man. Ah ne, da spielt hier keiner. Ja, wir haben gerade rausgefunden, dass in Madagaskar auch Black Ops 2 gespielt wird. Nein, dass da keiner spielt. Keiner. Auf den Osterinseln spielen sie aber. Ich mein, da sind sie ja sowieso dauerhaft Ferien. Immer da, wo die Lämpchen angehen, ne? Jo. So, warten, nehmen wir da nicht. Ich bin mal für Zufall. Ja, okay. Nein, scheiße. Jemen. 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 Die VIP-Seife. Geil. Was, VIP-Seife? Ja. Was heißt hier so'n Dödel? Was nehmen wir denn? Team Deathmatch. Das Beste war bei einem, den ich auf der PS3 gesehen hab, der nennt sich Kalte Kiste. Kalte Kiste? Ja, why not. Ja, wir hatten eben Endloy auf einen Gangplang, der hieß Knuddelforts. Ja, auch geil. Ey, das kommt aber nicht an Drang's Profit von mir ran. Schnuffelpuffe. Schnuffelpuffe. Ich hab nämlich keine Idee, wie setze ich dich dann jetzt in End? Nein, oh, leck. Und tot. Leck, Mama. Ich wurde von Specky gekillt. Von Specky? Wow. Den hab ich doch noch erwischt. Ey, du hast den Specky gekillt. Komm, mach mal unsere Zuschauer stolz und holen den Sieg. Schlecht? Mindeste. Hast du gesehen, Dennis? Das war Skill. Ja, ich hab eigentlich gerade um Scheiben um mein Haupt, aber ich hab gerade in dem Moment weggeguckt. Oh. Da geht's runter. Alter. Ja, hab ich auch schon oft festgestellt. Ja, ich bin gerade rückwärts gelaufen, weil irgendwie Dach hinter mir lag. Ich bin gerade rückwärts gelaufen. Ich bin gerade rückwärts gelaufen. Noi. Ne. Alter. Oh, legt er sich Schäden. Wo kannst du auch gar nichts. Der rotzt hier erstmal mit nem NG. Ja, ich hab beides dabei. MP und LMG. Da legt er sich schon wieder hin, immer dieser Specky, ey. Wie kann man schlechte Reaktionen haben als ich? Ich mein, ich reagiere schon so wie ein Faultier. So, erstmal angeschossen. Was? Nein, du musst es nur so sehen. Du bist flexibel wie so ein Panzer. Kennt ihr diese Redewendung? Zum Beispiel ein Auto hat einen Wendekreis wie ein Panzer. Kennt ihr das? Nein. Nicht? Nein. Das sagen eigentlich voll viele, aber ein Panzer hat eigentlich gar keinen Wendekreis, weil er sich instant drehen kann. Ja, Mann. Granate gegen Bananen geworfen. Und trotzdem Kill. Ja. Bei den Leuten, die die Bananen verkaufen, ja. Ja, da ist doch irgendwie immer einer. Ja, ja. Hoi. Hallo. Hi. So, diesmal passe ich auf, dass sie nicht runterfallen. Ja, bitte. Das wär, wär 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 der von dir. Okay. Nein, nein! Drei auf einmal! Scheiße. Ich weiß immer nicht, wen, wen ich zuerst ein Lieb, zuerst Lieb haben soll. Du musst erst mal eine Miene-Muh machen. Ja, das dauert. Ach, guck mal, da ist auch einer runtergefallen. Ha. Ach, scheiße. Den bin ich hinterher gelaufen. Der hat bestimmt gemerkt, dass du hinterher im Westen bist. Also, so gesagt. Ja, tschüss. Nein! Nein, 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 nein. Egal. Ich laden nach! Autsch. Selbstsprengkommando. Das war ein Todesregen, ey. Todesregen, Mama. Loll. Oh Mann, ich wollte eigentlich meinen Tarn-Head jetzt noch erreichen. Aber, hast wieder eine kassiert vorher? Ja. Ach, war natürlich schlecht. Ja. Also, das war knapp nur der, der Kap 40 hatte. Und ich hatte nur die W23R, der mich schneller down bekommen. Nein! Nein! Was denn? Loll, f*** dich. Erstmal trotzdem Raketen-Werfahr drauf. Nein! Da oben im Fenster, da oben im Fenster! Ja! Was? Welchen? Wo, wo, wo? Ah! Oh, meine ist auch nicht reingefallen. Erstmal beide fail, ey. Jetzt bist du da hinten weggelaufen. Oh! Dammit! Scheiße, ey. Loll! Oh! Meine Hand hat Killer wieder. Warte, irgendwo oben. Boah! Ja, links, rechts sind auch noch einer. Oh, den rechts habe ich schon mal. Nein! Nein! Rechts steht wieder einer. Vincent, da hinten ist einer. Knoll ab. Hab ich. Aber hier oben ist noch einer drin. Herz in Richtung die Spitze halt. Okay, oder auch nicht mehr. Ah, f***. Autsch. Da war eine Granate. Waffe leer! Sekunde! Kämmt der da oben auf diesem scheiß Balkon, ey. Warte, schnell mit dem los. Hunter Killer Drohne. Ja, man hat's gehört. Du hast ein bisschen Rückkopplung. Wechsel das Magazin! Was denn? Man hört alles. Echt? Auch den Ingame-Sound. Ja. Ja, vierfach Kill. Fünffach Kill. Sechsfach Kill. Erstmal abgehen. Na cool, ich hab jetzt ein Blut-Rund-Stick, guck mal. Finde ich ja immer geil. Boah. Leute, wie viele von denen? Ja, die war jetzt richtig gut. Kein Ding. Sepp, du hast einen weißen Pulli. Ja? Ja. Ich hab nämlich nicht vor, den schmutzig zu machen. Ja, dann sei vorsichtig. Das wär sehr uncool. Sehr, sehr uncool. Da hinten. Nein, schon wieder kurz vorm Heli. Ja. Ja. Boah. Das ist ein geiler Score, ey. Das ist geil. Das ist geil. Also jetzt musst du mal Tab drücken. Das sieht genial aus. 26,7, ey. Wuh! So muss das. So muss das. Der Skill von der PS3 geht langsam echt aufm PC über. Zielsucher. Boah. Boah. Ähm. Ja? Ne, dieses Meltdown find ich scheiße. Oh, die war zufällig. Ja, okay. Zufällig. Boah. Das war ne geile Runde. Na, Vini, kannst du das Mikrofon ein bisschen weiter von deinem Headset, also von deinen Kopfhörern wegmachen? Weil irgendwie... Na, bin ich halt nur leise. Ja, ist ja nicht schlimm. Boah. Oder ich mach meinen Sword ein bisschen leiser. Ne, so passt das jetzt. Wenn das so bleibt, dann ist das okay. Okay. Wenn du das sagst, dann... Boah. So ne geile Runde, ey. Ich sag euch, MSC... MSMC ist die Beste. 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 Oh, ne. Oh, nein. Oh, ich hasse Hijacked. Oh, ja. Hijacked. Hijacked. Oh. Da stirbt man immer so schnell. Der ist auch ne kleine Map. Ja. Weil den Shotgun-Skill, den hab ich hier irgendwie noch nicht. Ich hab am Anfang mal gedacht, das wär eine Yacht für zwei Personen oder so. Ja, natürlich. Ja. Für zwei Personen, ey. Dann will ich aber auch seine haben. Ja, ne. Ja, für zwei Personen hat man schon Platz. Ja. Ja, ein bisschen. Aber nur ein bisschen. Ja. Kann man sich einmal umdrehen. Ja, was sinds da denn? Einer liegt da. Ja, und einer ist da oben am Campen. Hälfte das Magazin. Gehen wir mal rein. Nummer eins. Und wo haben wir die Camping-Schlampe hier oben? Die ist schon tot, okay. Oh, Camper. Camper. Alter, was war das denn für ein Fail? Nein, von hinten! Jetzt darf ich nicht mehr zu meine Granaten werfen. Alter, nein. Scheiße. Das ist schon wieder der Specki. Manch, der soll sich verbuddeln gehen. So. Obwohl, ne, das ist gar nicht ein LMG, was du da benutzt, ne? Das ist Typ 25, oder? Ähm, das ist aus der LMG-Kategorie, da Waffen weißt du? Weißt du? Ach, da steht auch eine. Dann weiß ich mich, welches das jetzt nochmal war. Ähm. Doch, das könnt ihr dir an. Ne, Hammer ist das nicht. Die QBBLSW mit Griff. Okay. Steht da. Auf jeden Fall ist das eine mit Trommelmagazin, deswegen ist sie so klein. Ja, schieß einfach mal durch. Ja, genau. Warum nicht? Boah, diese Stelle hasse ich, wenn die immer so. Leute, ich spread einfach mal auf die Wand zu und ich komme im Moment einfach mal rum. Und oben ist auch noch einer. Ey, da heißt einer auch Joker, der mich gerade gekillt hat. Ne, ist auch Joker. Ah, fuck. Hat einer von rechts. Bei mir heißt hier einer Rotz. Oder Rose. Rotz. 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 Alter, okay. Jetzt heißt es mal. Jetzt heißt es mal. Na, Joker ist halt kein seltener Name. Boah. Da stehen drei Leute, man. So. Aber mir ist damals einfach nichts besseres eingefallen. Ja gut, bei Steam kannst du den Namen hier jederzeit ändern. Echt? Ja, natürlich. Jetzt echt? Ja, klar. Wie denn? Zeig ich euch gleich. Also den Allgemein-Namen oder den Nick-Namen? Den Nick-Namen. Also den, du heißt dann in jedem Spiel halt so anders. So anders? Ja, halt so wie du es halt eingegeben hast. Dann heißt er anders. Ich kann jetzt auch hingehen, mach das Spiel aus, schreib den Namen um, geh im Spiel rein, dann heiße ich im Spiel nicht mehr Cyclone, sondern was anderes. Wie ich halt weg. Alter, das hat so voll die... Einfallsreichen Namen, was anderes. Wann? Die Fresse, Mann. Na ne. Alter, warum geht ihr da nicht einfach rein und killt die Leute? Weil wegen Baum. Darum, Alter. Na ne, aber ich brauche den Namen. Ich mein, ich muss jetzt hier nicht auch noch MS Gamer TV heißen, oder? Hä? Ja gut, dann brauchst du halt in Gamer keinen Clan-Tag mehr. Dann hast du den Clan-Tag so oder so. Ja. Bääääääääääääääh. Also selbst wenn du dich MS Gamer TV unterstützen willst, kannst du das ruhig machen. Mich stört das nicht. Naja, aber ich will vielleicht mein Nickname noch mal ein bisschen anders schreiben. Da war es wieder anders. Schade. Nein, schade. Hab gedacht, er stand da vorne, aber er stand da leider nicht. Versucht, das von hinten zu moschen. Und flieg, flieg, flieg. Ja, ich rotz auf einen drauf und fünf andere rotzen auf mich, ey. Ja. Wo soll das sein? Wir rotzen zusammen. Habt du? Noob-Clan? Auf wen bezieht sich das? Auf uns. Ah, geil. Der erste Beleidigung, yeah. Kam das jetzt von nem Gegner? Ja, ja. Kein Wunder. Wenn ich von nem Clan gemoscht werde, schreibe ich auch Noob-Clan. Haha, das war geil. Ah shit, da war noch ein. Boah. Ich kassieren gerade. Bisschen. Ja, ich hab schon extra auf die Shotgun gewechselt. Egal. Egal. In der Aufnahme ist das egal. Es gibt schon den Harlem Shake, ey. Die Harlem Shake-Aufnahme. Das hat dir mal richtig gepasst. So wie Harlem Shake, ne? Seit... Ah. Loll. Da nutze ich mal grad meinen Tod, um mein Handy stumm zu machen. Okay. Vorbereitung FTW. Vorbereitung FTW. Huiiii. Ich flieg nach hinten. Nick Starr. Ja, komm. Last Kill. Nein, ich wollte ihn grad killen. Oh. 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 Und wenn der rumleckt... Ehi. Zahlenτέger, der rumleckt. Ey Joker. Ihr seid echt die lappenhaftesten Wichser, die ich je gesehen habt! Deine Mutter, Junge. Was deine Mutter. Die stink. Guck mal... Deins gorn's. Du bist negativ! Erstmal gemutet. Scheiße, ich weiß gar nicht wo ich mein... Ja, jetzt zieht Schwanz ein, ne? Kleiner Scheiße. Muss erstmal alles durchgehen. A, B, C. Ne, einmal M und dann alle Muten und fertig. Nein, ich will ja mit dem chatten. Achso. Wo hast du Sprachchat? Auf Z. Das ist Standard. Was willst du denn? Was willst du, Specky? Was willst du, Vetter? Ja, warte denn, warte denn. Hör auf Rumzollen. Hör auf Rumzollen. Oh, warte, jetzt hast du verloren. Du tust mir überhaupt nicht leid. Wie der selbst dich anhört. Ja, ja. Total schlechte Quali irgendwie. Dauerrauschen. Ja. Guck mal, du bist negativ. Ja, und jetzt? Tja, und du bist HIV-positiv. Das weiß ich wenigstens im Sprachchat. Komm, hauen wir den Specky. Ist der Specky noch da? Ne, ist heul gegangen. Oh. Ne, auch der ist noch da. Im Gegner-Team? Ja. Hä, wie konnte der mich bitte killen? Ich war schon längst wieder weg. Der ist später immer auf die gleiche Stelle. Ah, dieser Bloodkill ist schon wieder. Erstmal Specky gekillt. Sehr schön. Ah, fuck. Ich wurde mit dem Crossbow angeschossen. Lol, wieso messe ich den nicht, Mann? Lol, kommt der von unserem Spawn aus mit der Sniper? Fick dich, Mann. Ich habe gerade eben einen aus Versehen mit der Smog weggeholt. Und der Specky hat eins da. Ist auch schlechtes da in seinem Team. Ne, jetzt nicht mehr. Nice one, Vincent. Was? Thank you. Ey, der Rotz hackt, der Rotz kämpft die ganze Zeit oben. Bei den Dingen. Mit einem anderen, mit zwei. Oh, wie war das hin? Das war schnell. Ja, Sniper, no Scope, machst du nix. Schade, ich krieg Specky nicht mehr. Sch 2009-Dot gibting. Wow, wie soll man den dann mit der Route aussprechen? R-O-W-Z-R-O-W.. Rotz. 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 Genau so. Fick this. Oh, ich hab einen Assist bekommen nochmal. Tja, Sepp hab ich ihn hier vor der Nase weggeschnappt, wa? Egal. Einfach mal reingesprayt und trotzdem getroffen. Nein, nein, Fick dich. Scheiße. Boah, da legt er sich hin, ey. Wie der Specki. Boah, wie viel der Joker frisst. Dieser Joker 15 da. Wie viel er einfach frisst. Der Wahnsinn. Nein. Boah. Oh, ich dachte du kriegst den Specki nicht mehr. Schmille Rotz. Oh, durch die Wand. Ich hasse das. Alle beide. What the other. Boah, Junge. Nein, wun. Zielparameter gefällt. Ey, wie sieht es aus mit der anständigen Quote, ne? 13 11 jetzt bin ich diesmal auch positiv was für klar wenn wir nur drei sind was willst du für klar wenn wir nur 3 sind ok weißt du was wir zu klar dann kommst du gegen 50 mann wenn ich mach mal dein mikrofon noch ein bisschen weiter weg ist noch weiter in dem mund so außerdem sind ja ein richtiger klar du vollidiot ja so ist besser man hört man hört selbst noch mal bei dir fettes kind 13 jahre alt bist du ne deswegen hast du dich auch weggegangen noch mit dem geh raus wenn es raus wie so mit dem nicht spielen ich will mit dem nicht spielen fack ich wollte gerade klicken ansonsten gehe ich jetzt nur raus ich hab mit dem nicht keinen bock ja dann gehen wir raus machen wir nochmal neues matchmaking spiel verlassen soja jetzt habe ich auch für euch bin nur am laden jetzt wenn sie noch mal join warte ich bin nur 53 deswegen du bist noch in der aufnahme hast du dich schon nichts beendet ich bin auch dabei dann haben wir sowas jetzt auch für youtube sehr geil so also war es halt jetzt erstmal ja würde ich sagen weil ich will langsam fernsehen gucken gehen na gut dann sehen wir uns ja später vielleicht nochmal ja und wir verabschieden uns von den schuhschauern 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 ja Leute ne diesmal mache ich die Verabschiedung blablabla ja Verabschiedung so ich schreib dir das jetzt auch nein auf jeden Fall bis zum nächsten Mal und ja haut da rein jo tschüss ciao am schh also här Vielen Dank.